Uah, Crossock erwacht. Mhh, neuer Tag, neues Glück. Ich muss suchen Futter, wir haben kein Futter mehr. Ja, geben Crossock Schüssel zurück. Ja, gerne. Ich geh in Jagen, ich komm in wieder bald. Gehen, Jagen, komm in wieder bald. Crossock. Später du mir geben Holz, damit ich kann in Bau und Haus. Ich kann machen. Crossock nun versuchen Formen weiter. Crossock müssen versuchen, Crossock müssen überlegen. Crossock, was können Crossock brauchen? Crossock können brauchen. Crossock können brauchen. Was, was machen? Loch zu, aber trotzdem können gucken durch. Crossock haben Idee. Crossock versuchen, Crossock versuchen, Stab, Stäbe machen. Crossock versuchen Stäbe machen. Crossock und Crossock setzen Stäbe aneinander. Oh. Nicht funktionieren. Nicht funktionieren. Nicht funktionieren. Funktionieren. Crossock habe erfunden Gitter. Aus Holz. Oh. Crossock nun machen mehr Gitter aus Holz. Oh. Crossock haben gefunden viele Pilze. Crossock müssen mitbringen viele Pilze. Ah. Crossock gehen auf Jagd, aber sammeln auch. Sammeln viele Pilze und andere Dinge, die wertvoll sind. Crossock machen weg Erde von Haus, weil Haus ohne Erde schön. Crossock nehmen Erde. Und Crossock. Crossock haben Idee. Crossock. Äh. Holen. Wodoo sein? Ich sah ihn hinter Wald. Ich habe ihn gefunden. Vieles nasses Gebiet. Nasses Gebiet. Ich nenne nasses Gebiet Sumpf. Sumpf. Aha. Wie kommst du auf Name Sumpf? Hm. Ich weiß es nicht. Ich hatte eine Vision. Eine Eingebung. Ah. Schamane haben Eingebung. Namen der Sumpf kam mir zugeflogen. Zugeflogen? Passen auf, dass Unheil nicht kommen zugeflogen. Crossock haben kaputt gemacht. Große Pilze und raus kamen viele kleine Pilze. Nun, Mordoros müssen finden zurück. Äh. Äh. Crossock hoffen, dass Mordoros finden. Mordorock finden. Ja. Mordoros. Mordorock. Mordorock. Mordorock werden finden zurück. Bestimmt. Mordorock. Mordorock haben gemacht. Suppe. Suppe aus Pilz. Gut. Ort Orog haben gefunden mehr Pilze. Geben Pilze. Hier, du haben. Du kannst super haben. Danke. Hm, Orog, nun satt. Du wollen Fleisch? Ja, wollen Fleisch. Crosshawk wollen Fleisch. Crosshawk haben neue Ideen. Crosshawk machen aus... Crosshawk machen aus... äh, Bretter. Aus Holzbretter. Wand. Zum Aufmachen. Crosshawk. Crosshawk haben gemacht. Holztür. Für... für Hauscroff. Von Crosshawk. Hm. Dir gefallen? Motorock? Dir gefallen? Was mir gefallen? Dir gefallen Tür. Hm. Tür ist ein schön. Tür schützt. Vor bösen Monstern. Aus Wald. Ja, das Tür tun. Doch Tür. Nicht schützen. Vor seltsamem Unheil. Welches macht Welt dunkel. Oh. Motorrock erneut verflucht. Ja. Motorrock weiß nicht, welchen Zorn er auf sich lud. Mutter Natur sehr zornig auf Motorrock. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist vielleicht schlecht für Stamm. Hm. Crosshawk pflanzt Blumen, um zu stimmen, äh, äh, Mutter Natur freundlich. Hm. Hm, gut. Oh, Feuer. Feuer. Oh. Danke. Motorrock muss Fluch loswerden. Motorrock muss Geister besänftigen. Crosshawk haben ein Gefühl, das Feuer möchte verbrennen. Zaun. Motorrock werden und beten zum Wasser, um Fluch loszuwerden. Crosshawk, Crosshawk hofft, dass, äh, Wasser macht Fluch weg. Crosshawk pflanzt mehr Blumen. Crosshawk pflanzt. Und Crosshawk haben Idee. Crosshawk machen. Crosshawk haben Idee. Crosshawk haben Goodie. Große Idee. Crosshawk will formen, will formen Kasten aus Holz zu legen. Dinge hinein. Oh. Das. Oh. Das. Crosshawk, das Meisterwerk von Crosshawk werden. Das ist eine große Idee. Eine sehr große Idee. Gleich probieren aus. Ah, aber vorher Crosshawk noch machen Tür für Zelt. Komm und rein in Zelt. Zelt nun haben Tür. Oh. Oh, danke. Müssen schnell gehen. Wegen Unheil aus Wald. Hat Wasser geholfen gegen Fluch? Hm. Motorrock betet Wasser an. Fluch weg. Funktioniert. Wasser. Wasser groß. Wasser gut. Wasser heilig. Wasser machen. Böse Flüche weg. Vorerst. Motorrock kann nicht sicher sein. Das Fluch nicht kommt wieder. Hm. Motorrock müssen sein, äh, vorsichtig. Und Götter fürchtig. Ja, Motorrock sei ein Schamane. Motorrock ist Götter fürchtig. Sehen Kreatur aus Finsternis. Müssen töten Kreatur aus Finsternis. Oh. Kreatur aus Finsternis sein Tod. Müssen nun, müssen nun überlegen. Wie machen Kasten? Hm. Hm. Probieren aus. Hm. Hm. Crossrock. Ja. Wir haben Holz. Damit... Crossrock haben entdeckt. Wie machen? Damit Motorrock... Crossrock haben geschaffen. Kiste. Oh. Motorrock gucken. Sch. Motorrock gucken. Oh. Motorrock gucken hier. Nicht da. Motorrock muss gucken hier. Oh. Oh. Sehen Kiste. Sehr gut. Haben gemacht. Gut. Und in Kiste können legen Zeug. Haben gemacht. Gute Dinge für Stamm. Stamm von Crossrock müssen werden. Groß und stark und mächtig. Ein guter Anführer. Äh. Crossrock nun müssen überlegen. Crossrock fällen weiter Holz. Damit Motorrock können bauen Hütte für sich. Oh. Danke. Fällen Holz und fällen weiter Holz. Oh. Fällen Holz und fällen weiter Holz und fällen weiter Holz und müssen gucken. und müssen müssen. Motorrock. Mhm. Was Motorrock? Motorrock brauchen viel Holz für Hütte. Aber Motorrock dürfen nicht bauen Hütte größer als Hütte und prächtiger als Hütte von Crossrock. Nein. Nicht im Leben. Weil Motorrock großer Anführer und großer großer und weiser Herr für Stamm und Crossrock müssen haben größtes Haus. Und wenn Stamm wird größer wird größer, müssen wir bauen noch größeres Haus für Crossrock. Oh. Oh. Axt kaputt. Müssen bauen neue Axt. Crossrock will bauen neue Axt. Hütte. Hütte. Crossrock nehmen Stock als Arm und setzen Faust. Hütte. Crossrock nun haben neue Axt. Crossrock nehmen Axt und hauen Baumwärmen. nieder was tun motorock gerade dort überlegen wie bauern haus die bauern hätte aus holz motorock muss bauern hätte gemütlich und gut damit sich wohlfühlen ja rostock lieber haben hütte groß recht heute klingel muss haben hätte groß und prächtig sonst nicht erst heute das korrekt rostock sammeln viel holz zu haben hütte groß und prächtig rot ja rostock pflanzen rostock überlegen rostock wissen kross Ich hoffe es.